hallo miteinander in dem heutigen video zeige ich euch wie ihr in sap eine einfache rest ap erstellen könnt dazu erstellen wir mit der transaktion se24 zwei neue klassen die von den klassen cl rest http händler und cl rest resource erben das heißt wir sind hier in der se24 und erstellen eine neue z klasse zcl hello world rest klicken wir auf den button create und dann geben wir hier eine beschreibung ein test rest api klicken hier auf den button inheritance also erben wir erben von einer superklasse und diese superklasse ist die cl rest http händler das ist die basis händler klasse für ab ab rest anwendungen das heißt jede rest anwendung muss ihre händler klasse von dieser klasse ableiten dann wähle ich hier mein z package aus z examples klick auf speichern bekomme hier auch einen transport auftrag und gehe hier auf weiter dann sehen wir hier die ef rest application die deklarierte methode get root handler und die muss von jeder aber press anwendung implementiert werden also redefinieren wir diese mal und klicken mal auf aktivieren dann aktivieren wir dieses und dann gehen wir zurück öffnen noch einmal die transaktion se24 und erstellen hier eine weitere z klasse und zwar zcl hello world klicken hier auch auf erstellen geben auch hier eine beschreibung ein test hello world und klicken dann wieder wieder auf inheritance also erben und diese klasse soll erben von der superklasse cl rest resource diese klasse ist die basis klasse für alle rest ressourcen ok richtig schreiben muss man sie auch mit einem s natürlich und die klasse ist eben die basis klasse für alle rest ressourcen wieder zu meinem package und wieder zu einem transport auftrag und die schnittstelle if rest resource definiert die methode get post put delete hat und options in unserem beispiel redefinieren wir hier die get methode und dann klicken wir auch nur mal auf aktivieren gehen dann zurück noch mal zurück wieder in die zcl hello world rest und machen ihren doppelklick auf get root handler und hier schreiben wir dann rein data lo router das heißt wir definieren hier mal ein lokales objekt new cl rest router und diese klasse wird verwendet um rest ressource händler klassen aus den verwendeten uri also uniform resource identifier während der rest anfrage verarbeitung aufzulösen und die die zuweisung der händler klasse zur uri vorlage erfolgt durch aufruf der attach methode das heißt wir geben hier diesen string hello mit und als iv händler klasse schreiben wir hier rein zcl hello world rest ressource und dann übergeben wir dieses lo router objekt dem ro root händler das heißt ro root händler ist gleich lo router und klicken wir auf pretty print und auf aktivieren dann aktivieren wir das und als nächstes erstellen wir ein service und dazu rufe die transaktion s cf auf und mit dieser transaktion können wir services definieren wir klicken dann hier mal auf execute auf ausführen und hier auf default host und dann klicken wir auf den button create host service gehen hier über dieses fenster drüber und ich nehme hier mal test als name ist ein stand-alone service klicken auf weiter und dann haben wir hier eben den pfad default host den service name test sprache englisch und dann geben wir auch hier eine beschreibung ein und dann klicken wir auf den tab händler list und hier gehen wir dann unsere z klasse an in dieser händler list und zwar zcl hello world rest klicken auf speichern auch hier wieder zu meinem package und zu einem transport auftrag gehen wir zurück und dann öffnen wir hier diesen default host und dann sehen wir hier den test eintrag von unserem test service rechte maustaste activate service klicken hier auf ja und dann ist das service aktiviert und jetzt können wir es noch mal testen und zwar noch mal rechte maustaste und auf test service dann kommt hier ein fenster das im folgender link im browser aufgerufen wird klicken hier verlauben und dann haben wir hier diesen link im browser und dann melden wir uns an mit unserem developer user und dann bekommen wir hier die meldung keine geeignete ressource gefunden weil es fehlt hier auch noch unser string den wir vorhin in der methode definiert haben klicken nochmal auf enter und man sieht trotzdem noch kein ergebnis warum nicht weil wir noch eine methode ausprogrammieren bzw implementieren müssen und zwar rufen wir wieder die klasse zcl hello world rest resource auf und hier diese get methode die müssen wir noch implementieren und hier geben wir einfach einen einfachen string zurück wenn wir diesen link aufrufen und zwar schreibe ich dann hier rein mo response response create entity und dann verwende ich die methode set string data und dann aktivieren wir diese methode und dann aktivieren wir diese methode unsere erstellten z klassen also zcl hello world rest resource und zcl hello world rest jetzt haben wir die beiden methoden implementiert und beide klassen aktiviert klicken hier nochmal auf auf enter der hello string ist hier übergeben und nun bekommen wir auch eine response und zwar hello world das ganze können wir jetzt auch testen mit dem postman und ich klicke auf new dann auf http und dann kopieren wir hier die url vom browser hier in diesen dieses input field das ist eine get methode dann auf authorization hier geben wir den username und passwort ein bei basic authorization und dann können wir das ganze auch schon mal testen und ausführen indem wir auf den button send klicken wir sehen hier unten wir bekommen auch ein ergebnis hello world jetzt kann es natürlich vorkommen dass es hier probleme gibt mit dem csrf token und wenn das der fall ist dann klicken wir auf headers und erstellen hier einen neuen header parameter und zwar als name übergeben schreiben wir hier rein x-csrf-token dann wird vorab ein token geholt und mit diesem token das service aufgerufen wir sehen der aufruf funktioniert noch immer und wir sehen hier bei den headers einen token der hier generiert wird es ist meistens notwendig oder es ist immer notwendig wenn dieses service von außen getestet wird ja das war's auch schon wenn euch meine videos gefallen abonniert meinen kanal und gebt mir einen daumen hoch ich freue mich immer über ein paar likes schreibt mir auch was in die kommentare ich lese diese immer sehr gern und ich antworte auch darauf macht es gut und bis zum nächsten video wir sehen uns auf jeden Fall 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 wir sehen uns auf jeden Fall